Hallo meine Lieben und Willkommen zum fünften Türchen meines ASMR-Adventskanzlers. Oh, ich hab noch irgendwie die Schatten am Fingerhaut, das tut mir leid. Ich hoffe, euch hat der Kalender bis jetzt gefallen und ihr habt bis jetzt auch eine wunderschöne Adventszeit und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich hab hier schon die Fünfte Fliegen und ich glaube, so wie das aussieht, könnte das ein Windlicht sein, also so ein Tierlichthalter. Und das klingt auch irgendwie so ein bisschen zu. Ich packe das jetzt mal aus, ich glaube, es ist jetzt nicht zusammengeklebt und vielleicht bekomme ich es diesmal leise hin. Und bei uns schneit es gerade, es ist megaschön und das lässt die Hoffnung auch, falls auf Weihnachten steigen, dann würde wenigstens irgendwas dieses Jahr noch funktionieren. und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch auch schneit. Ja, mir ist so sieht so aus, als habe ich es mir doch fast gedacht, guck mal da rein, und ich finde das mega schön. Wie schön ist das bitte? Ups. Umm Ja, dinosaur Ich habe gerade leider gar keinen Tätigen in der Nähe. Ich gehe gleich mal eins holen. Ich habe einen Schrauben. Ich habe einen Schrauben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich zeige euch das gleich. Ich zeige euch das gleich. Das machen wir jetzt mal an. Ich glaube, ich mache mal meine Lampe aus. Dann sieht man das besser. Das stimmt, es ist aber im Hintergrund ein bisschen dunkel. Wir probieren es einfach mal. Wenn es nicht geht, weiß ich wieder. Ich habe jetzt mal die Lampe ausgemacht. Ich weiß nicht, wie wir das sehen. Ich weiß nicht, wie wir das sehen. Mein Herzleider nicht. Ich weiß nicht, wie wir das sehen. 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 Und wir sehen uns morgen zum Nikolaustürchen wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich wünsche euch noch weiterhin eine wunderschöne Adventszeit. Und das ist so krass. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend oder Mittag oder morgen oder wann auch immer ihr das Video seht. Tschüssi, bis morgen.